Wir sind Familie Hauser und wir sagen heute, wie alt wir sind, wie wir heißen und zeigen euch unser Haus. Hallo, ich bin Michael und bin 30 Jahre alt. Hallo, ich bin Nicole und bin 29 Jahre alt. Hallo, ich bin Lena und bin 12 Jahre alt und gehe mittlerweile schon in die 6. Klasse. Hallo, ich bin Anna und bin 6 Jahre alt und gehe mittlerweile schon in die 1. Klasse. Hallo, das ist die Ella und ist 5 Monate alt. Das sind Mia und Fussel, sie sind 2 Jahre alt. Das ist Bello und ist 3 Jahre alt und ist unser Familienhund. Das ist Tapsi und ist 11 Jahre alt. Jetzt beginnt unsere Wohntour. Das ist unser Badezimmer und da haben wir, wie ihr seht, solche Fliesen aufgeklebt. Also, ja, weil das braune Lassert langsam hässlich aus. Und dann haben wir hinten noch auf den Schrank, hier malen, also Michael, Anna, Lena und Nicole. Und ja, da hinten ist das Katzenklo. Ja, dazu kann ich ja nichts sagen. Das hier ist jetzt meine Küche, wo ich schon mal so viel koche. Und da hinten, wie ihr es seht, da haben wir Moosgummi als Tischdeckchen aufgeklebt. Und, ja, weil das weiß dann langsam hässlich aus. Und da hinten haben wir an der Wand das mit dem Kaffee und dem Muffin. Das haben wir aus dem Katalog ausgeschnitten mit Bastelideen. Und, ja, das ist unsere Küche. Ja, das hier ist unsere Stube. Und ihr seht, da hinten an der Wand haben wir wieder aus dem Bastelkatalog so eine schöne Tapete. Und die Glitzersteine, die haben wir aus dem Bastelladen. Also, die kann man sich auch jederzeit holen. Und der Fußboden, den haben wir auch aufgeklebt. So, das hier ist von mir und Nicole unser eigenes Reich. Unser geliebtes Schlafzimmer. Wie ihr seht, ist da hinten von Nicole die ganzen Taschen und Uhren und Schmuck und Haar. Und hier ist unser Safe. Und, ja, ach so. So, da unten ist auch noch unser Zeppich. Der ist auch aus Moosgummi. Und da steht Tapsis im Körbchen drauf. Das war unser eigenes Reich. Das hier ist mein eigenes Reich. Also, mein Zimmer. Da hinten seht ihr meine Pflanze. Die ist randet in der Rütt. Meine Schlafcouch steht hier auch. Da hinten, das haben wir, also die kleinen Detasse haben wir aus dem Bastelladen. Und die kleine Rose, da haben wir aus einer Gardine ausgeschnitten. Da ist mein Aquarium. Meine Bilder, die ich hier im Kindergarten gemalt habe. Die Wand haben wir auch auf so einem Katalog. Und, ja, hier steht mein Name. Auch nochmal mit Moosgummi aufgeschrieben. Und, ja, das war eigentlich mein Zimmer. Das hier ist mein Kinderzimmer. Und da habe ich meine Lieblingspieper. Also, das sind meine Lieblingstiere. Und wieder einen schönen, lüdernden Teppich. Und da hinten habe ich noch meine Puppen. Weil ich nämlich auf fünf Erfindungen stehe. Und, da hinten habe ich meinen Himmel über mein Bett. Der ist aus einem Geburtstagsstoff. Und da hinten steht noch mein Name, wie bei Lena. Und Anna. Das war's. Das hier ist Ellas kleines Reich. Ähm, hier hinten steht Ellas Bett. Worauf ich gerade sitze, das wissen wahrscheinlich einige schon. Das ist ein Stuhl. Und da setzt sie immer Nicole drauf, wenn es Ella stillen muss oder so. Ich kenne diesen ganzen Kram nicht. Da hinten haben wir schon auch wieder diese Details aus dem Bastellad. Hier haben wir Ellas Wickeltisch. Und hier sind die Kinderwagen mit Ella drin. Ja, das war Ellas kleines Reich. Das war unsere Roomtour. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und hinterlasst uns doch gerne einen Daumen nach oben. Und seid vielleicht Abonnent unseres Kanals. Wir bringen jede Woche, also alle zwei Wochen, Samstag und Sonntag um 11 Uhr, ein neues Video raus. Und ja, wenn wir was an unserem Haus verbessern sollten, oder wenn euch was nicht gefällt, dann schreibt es uns doch in die Kommentare. Und ja, wenn wir noch mehr, wenn wir vielleicht, ähm, also Room, Dekor, also Räume dekorieren oder so, solches machen sollten, dann schreibt es uns in die Kommentare. Okay, also sag ich nur bis morgen und tschüss.